Wir gucken erst die Pfeile, Pfeile dahin, Pfeile nach oben, alles klar. Easy as pie. Boah, Stufe 5, das dauert. Juh! Und... Und speichern. Und Sneak Mode activated. Oh, fuck! Da hätte ich nicht reinkitzelt. You were awesome, Baby. What? You were awesome, Baby. Oh, thanks, sweetheart. Jensen, you got any news yet? You know I hate being left in the dark. Yeah, I found Van Bruggen. Looks like the Thai Young Medical Corporation hired him and the Mercs to destabilize us. TYM? They already have the lion's share of the global augmentation market. Why use Van Bruggen? In order to get that share. Hopefully I'll be able to prove it once I get this smart card back to Van Bruggen. You need backup, let me know. So, hier ist alles erledigt. Also, versuchen wir jetzt mal zuerst aufs Dach zu kommen. Wenn wir nicht nachher wieder die ganzen scheiß Treppen hochlaufen müssen. Hallo? 5? Ist hier gerade jemand am Smoken? Abgesehen von euch zwei Hübschen. Aha. Guten Tag, mein Freund. Shove off. Before I shove you off. I'm here to see you. Uh-huh. What about? Ning. Open up one book. Plenty of them in there. Your friends are holding her. I can make it worth your while, if you tell me where. Worth my while? Yeah, maybe. Let's see some credits first, the tough guy. And then maybe I'll tell you where to find her. I'm not paying. Your choice. And don't even think about trying to knock me out or something. It's not like I'm conveniently carrying that information on me or nothing. Fünf. Wir werden sehen. Da ist ein E-Book. Das schauen wir uns später an. Fuck. Fuck. F8. Er hat die Information tatsächlich nicht mit sich umgetragen. Ich dachte, das wäre ein Bluff oder sowas, aber ich habe mich geirrt. Also probieren wir uns das dann doch mal. Are you ready to pay? It's the only way to find Ning. Ja, was ist denn das für einer? I gotta make sure she's okay first. She'll be a lot more valuable to me and you if she's alive and in one piece, if you know what I mean. I get it. It's my businessman, you are. Okay, okay. I'll tell you. They're holding her on a small side street just off the open gutter in the Daigong district. But listen, I didn't say anything, right? I'm so happy, 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 happy. So, jetzt aber wieder nach unten. Sehr weit nach unten. Level 2. Rennen wir ein bisschen Jensen. Hey, friends. Bin ich irgendwo mal vorbeigelaufen? Ne, oder? Nur mal kurz mehr. Ich glaube, ich muss hier raus. Oder? Japp, muss ich. Okay, was machen wir zuerst? Ich glaube, wir helfen erst der armen Lady. Wir bewegen uns gerade auf beides gleichzeitig zu. Hopf. Wir bewegen uns immer noch auf beides gleichzeitig zu. Jetzt müsste ich mich entscheiden und ich entscheide mich für rechts. Und ich habe mich leider für die falsche Richtung entschieden. Damn! Aber hier rum sieht richtig aus. Oh, warte, 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 warte. F5. Ich muss die Wachen eliminieren. Wie mache ich das denn am sinnvollsten? You're in the wrong part of town, Lalai. Go back. Oh, I'm so sorry. F5. Wie konnte ich denn nochmal zoomen? Ah, doch so. Äh, ich muss die gezwungenermaßen eliminieren. So, wenn nicht, ich habe daneben geschossen. Ich muss doch sagen, wie viele verdammte Pfeile schluckt der denn? Ich habe nur noch drei. Lass mich! Ähm, was sagt das? PA, was ich gerade von ihm aufgenommen habe? Hey, blöd Mann! Info vom Boss. Neuer Code für den Käfig von der Kleinen. 5377. Lösch das hier, wenn du noch den Code geändert hast. Wir wollen schließlich keine Ärger. So. 5377. Hallöchen! Oh. Oh. No, don't shoot! Leave me! Who are you? Your friend May sent me. She said you were in trouble. Are you hurt? May? Thank God. And no. No, I'm fine. They didn't touch me. Not yet anyway. You hadn't come though. How did you find me? I asked around. I can be persuasive. I... I have to get out of here. You sure you're okay? Can you leave here on your own? Yes. I... Thank you. Whoever you are, thank you so much. I need to go. I need to get out of this city. I need to get away from that monster. Can. Tell me. Tell her. Thank you. For everything. I owe her. I owe you both my life. Tja, da stehe ich da mal eiskalt rum. Na, wie geht's euch so, Jungs, nicht so gut? Hihihi. Okay, aber ohne Scheiß. Tja, da stehe ich da mal gegenläufe. Dieses Ruckern, das richtet mich tierisch auf. Hallo? Ja, jetzt muss ich noch hochlaufen. Das ist uncool. Hätte die mir nicht einfach, keine Ahnung, die Kohle auf mein Konto überweisen können oder so. Hm, hm, hm. In welchem Stock war die denn? Drei, nee. Vier. Vier sieht richtig aus. An deren Stelle würde ich mich allerdings auch mal langsam verdrücken. Nen, hast du sie gefunden? In der Tat. Ich habe es. Sie ist sicher, aber rauf. Ich denke, sie planiert, um die Stadt zu verlassen. Sie ist immer eine smarte Mädchen. Ich bin glücklich. Ich werde sie verabschieden, um sie sicherzustellen. Als ich gesagt habe, hier ist deine Payung. Wenn du mehr willst, ich habe eine andere Aufgabe. Eine Sache für ein Mann von deinen vielen Talenten. Are du interessiert? Mein Interesse würde auf die Aufgabe. Jetzt bin ich sicher, dass du von Diamond Chan gehört hast. Er ist ein schweiger Mann, der die Schmerzen und die Schmerzen der Stadt. Freddy, if we are to stay in peace here, he must be taken care of. You want me to kill Chan? Yes, but you must make it look like an accident or suicide. Ich möchte ihn aber nicht umbringen. There has to be another way to remove Chan from the picture without resorting to murder. There is. I have access to certain stimulants. If Chan was caught with them, he would no longer be a problem. Meaning I could plant drugs on him? Not on him. Somewhere in his apartment will be enough. He may be dead though. So knock him out, leave the drug, and come back here to me. I have a friend. He works with the police. I'll contact him and he'll make sure Chan is arrested. I'll do it. Good. I'll give you the address of Diamond Chan's apartment. It is on one of the nearby rooftops. Lower hand side is a dangerous place. Simply knock Chan out, then drop his body into the alley below. Gravity will do the rest. But if you wish only to get Chan arrested, take these drugs. Plant them somewhere in his apartment after you've knocked him out. When you are done, return to me and I will contact my friend in the police. He will do the rest. Anything else I should know? Chan should be alone. He is too proud to have bodyguards around. But be careful. Even alone, Chan is dangerous. Got it. Mr. Jensen, remember not to cause any wounds on Diamond Chan that make it look like murder. Any suspicion will bring us more trouble from his friends. So no tranquilizers or peps. Which means strictly hand-to-hand submission. Shouldn't be a problem. That is good, yes. Good luck, Mr. Jensen. I will wait here. Damn it. Jetzt müssen wir jetzt wieder die ganzen Vermalleteitentreppen runterlaufen. Nein. Ja, hier werden wir nicht runter springen. Hoppala. Hi. Also wieder downstairs. Nebenquests sind schön. Die erzählen interessante Geschichten, interessante Aufgaben. Okay, gerade war es einfach nur drei Leute umschießen. Aber trotzdem. Es passt alles zur Welt. Es ist ein gut geschriebenes Spiel. Well written. Es hat keine besonders gute Technologie, das muss man leider sagen. Und es hat auch nicht die beste Steuerung und solche Sachen, aber vieles andere macht es sehr, sehr gut. Äh, ach so, müssen wir mal wieder ein bisschen klettern. Null Problemo, Chefo. So, Schengel-Deng-Deng-Deng. Da hinten bist du. Oh oh. Das sieht so aus, als würde ich sterben, wenn ich das für... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werde auf jeden Fall fucking draufgehen. Das speichern Feuer. Und... Ja. Oh. Wir haben es geschafft. Und jetzt... Ich fühle mir das gar nicht, dass ich hier schon seine Worte höre. Ich muss gucken, komm. Hi. Wie feindselig. Ähm, so. Wo kann ich denn jetzt mal den Quatsch verstecken? Beispielsweise da. Das wäre doch mal eine Idee. Äh, aber vorher gucken wir noch mal an. Eine Runde. Nichts Spannendes vor Ort. Also verdrücken wir uns wieder. Und wie zum Teufel... Komme ich hier runter, ohne zu sterben. F5 beispielsweise wäre eine gute... Ah, awesome. Das wäre jetzt tatsächlich nicht gerade der anspruchsvollste Task. Also es war jetzt eigentlich mehr so ein... ...20 Minuten Laufen, 2 Sekunden Kämpfen Ding. Das wäre dann auch genau das Ding. Das wäre dann möglich.